Oh, Isaac hab ich ja hier. Ich kann ihn sogar kaufen. Nett, ist gekauft. Fuck yeah. Ich wollte mal gerne wissen, wann ich die freigeschaltet hab. Ich glaub so im Laufe des Spiels oder so. Cooler Sache. Sieht ein bisschen billig aus. Bisschen viel Stoff dran oder so, aber... Naja. Hier ist nix. Das sah wirklich aus wie El Diablo. Warum sind die Masken verschwunden? Das hab ich gemerkt. Wenn ihr fertig seid, ist ihr Mausetot. Oh, die Wendrache nehmen die beiden, ey. Die haben uns so gut den Rücken freigehalten. Dem Scharfschützengewehr. Und der Typ hatte auch irgendwie so ne Maske auf. Hat sogar leicht verbrannt am Hals. Scheint auch ein badassiger Bösewicht zu sein, ne? Das wird nur heftig. El Diablo, ne? Wow. Gute Kettensäge. Mit so'n Akkuschrauber, man. So richtig ins... In ein Auge geboren. So richtig so... Hier kommt ne kleine Aufmerksamkeit. Anstatt ein Messer. Wenn das gehen würde in dem Spiel, würde ich schreien. Denn das... Das wär epic. Böse, böse, böse. Kann die eh durchlaufen wie so'n Berserker. Oder auch nicht. Cool. Irgend so'n Affe, mit dem ich den Rücken zugedreht hab. Das ist schon ein nettes Gimmick hier mit Isaacs Maske. Aber ehrlich gesagt, mag ich die nicht so. Aber die in Dead Space sind geil, die Anzüge. Ich denk, da stimmt die mir zu. Oh, shit. Ich glaub, der Typ hat die Sprenggürtel befestigt. Wir können flankieren. 100 pro. Daneben. Jetzt bin ich aber dran. Komm mal her. Tja. Flankieren, Koop-Kumbo und was nie alles. El Caramba. Hier, guck mal, eine Granate. Ich hab so viele von denen. Ja, das ist auch so eine total geile Option. Das gibt's doch gar nicht. Ja, fein. Wo sind meine bösen Banditen? Immer cool und shirtless. Es sind gar nicht mehr so viele, die kein Shirt haben. Das war ne gute Antwort. Sag's mir. Dann lass ich dich leben. Kleiner Tipp. Hör auf ihn. Die Kirche. Sie haben Cordova zur Kirche gebracht. Wusste ich's doch. Sie haben ihn zur Kirche gebracht. Genau wie ich gesagt habe. Da hat sie recht. Also schön. Wir gehen zur Kirche. Nichts wie weg hier. Nein, bitte. Nein, 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 nein. Erschieß mich nicht. Bitte. Bitte nicht schießen. Bitte. Bitte. Wir gehen zur Kirche. Explosion aus dem Nichts. Endlich kommt der Helicopter, von dem ich vor kurzem gesprochen hab. Ihr sollt alle brennen! Runter! Verdammte Scheiße! Und da steht verdammter Mistgerl. Okay! Das wäre ne Option. Fiona, hast du ne Ahnung wie wir hier rauskommen? Nein! Los, hierher. Die Tür brechen wir gemeinsam auf. Hinter der Tür scheint niemand zu sein. Heilige Schüsse! Okay, aufbrechen auf drei. Eins, zwei... Da kacke ich drauf! Du hast den Rumsloch gespürt, oder? Wir wissen nicht, was hinter dieser Tür ist! Hier! Scheiße! Achtung! Ich weiß, was ganz bestimmt nicht dahinter sein wird! Dann lass uns einen anderen Weg! Slide-Action! Endlich! Oh mein Gott, das muss ehrlich gesagt in jedem Spiel sein. In Grobo war's auch schon! Wir krachen wie einfach durch die Tür! Krachen wie einfach durch die Tür! Wuhuuu! Wöhm! Ahhhh! Ahhhh! Scheiße, El Diablo! Ein hartlanger Bautistas, richtig? Der allerschlimmste. Ein verdammter Sadist. Und vermutlich auch noch unbesiegbar. Das miese Arschloch. Na, das wollen wir doch mal sehen. Tja, das war keine gute Idee. Okay, wir müssen zu der Kirche. Ich hab nichts gesagt. Gut. Hell yeah. Aber sie hatte recht, wir hätten von Anfang an dahin gehen sollen. Massaker unter Palmen. Cool, cool. Oh, viel Asche wieder. Okay, fahren wir mal ganz schnell zum Arsenal. Ich hab grad so ne Idee im Kopf bekommen. Denn da wir alle hip und trendy sind. Nicht wirklich. Machen wir jetzt Partner-Look hier in dem Spiel. Moment! D depending mal auftragen, okay. Moment, da habe ich halt was für den Hm... Ne, nichts neues frei! Ok. Wir machen Partner-Look. Wir haben sogar freigeschaltet. Oh, ein Pet ist da drauf. Ach so, ein Pet. Oh mein Gott. Ja, Sanitäter daneben. Partner-Look. Bei den Tonen. Ah, wir sollen mit dem Fahnenkreuz zielen. Da kommt mir wie ein Gears of War so ein Bogen, der genau hinzeigt, wo die hinfliegen soll. Ein Kartell in deiner Kirche. Partner-Look. Wie tief ist die Welt gesunken? Das ist schon seit Jahren keine echte Kirche mehr. Das Kartell hat sie sich vor Jahren gekrallt. Jetzt sie als Lager. Drogen. Waffen. Geiseln. Heftiges Zeug eben. Oh ja. Allerdings. Ich kenne einen anderen Eingang. Müsste einfacher sein. Dann los. Meine Güte, wie unauffällig. Keine Sorge. Wir sind total unauffällig. Klar. Ich wollte es gerade sagen. Wir fallen gar nicht auf. Nö, nö. Soll die Armee doch kommen. Die haben eh keine Chance. Los. Wir müssen weiter. Bitte warten. Areal wurde geladen. Geh doch voran. Geh voran. Bleib stehen. Okay. Da sind Kartellwachposten. Einen anderen Eingang gibt's nicht. Also los. Weiß nicht. Granate. Droppen wir runter. Wessen mit Overkill. Ja. Da schießen wir den ganzen Friedhof. Ich scheiß aufschleichen. Boah, ich zerfetz die nur so. Boah, war das nicht epic. War das nicht epic? Ja, ich geh gleich drauf. Ja, ich geh gleich drauf. Boah, ich weiß. Oh, noch nicht. Hey, weiter hier. Das war geil. Das war so geil. Jetzt hat sich Overkill mal richtig gelohnt. Vorwärts. Los. Okay. Wir fangen. Nein. Äh, nein. Los jetzt. Okay. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wir haben nur eine Granate, bevor ich fliege. Hilfe. Verdammt. Die Schweine haben mich erwischt. Hilfe. Hilfe. Danke. Ah, dammit. Komm schon. Okay. Boah, das ist so epic. Ich hab gar keine Worte dafür. Ich werf eine Splittergranate. Das ist mal wirklich richtig hierlose Action. Hat mal richtig Spaß gerade. Muss da einer immer so Kacke nehmen. Der krabbelt auch. Oh Gott. Gibt's Satteln drüben? Oh, Hilfe. Krabbelt da rum und killt mich. Genau das haben wir gebraucht. Ja, hier, guck mal hier. Heute wird mein Angebot so. Splittergranate. Splittergranate, die wie Pingpongbälle fliegen. Scharfschütze. Schalt sie aus. Los. Schon dabei. Einfach ausgeschaltet. Oh, wow. Hey, ich werf eine Granate. Oh, war nur ein ganz normaler. Ich hab gedacht, das ist ein Brecher. Wir brauchen eine bessere Schussposition. Hört sich gut an. Joa, das ist wirklich ne Idee. Mach hin! Ah, ich mach ihm ne Räuberleiter. Du bist dran. Los. Kompl angerannt. Wie sieht's aus? Da kommt ne Menge Ärger auf uns zu. Bereit machen. Bleib liegen. Genau. Oh, hier kommt ja ein Idiot. Toll, ich hab keine Granaten mehr. Und hier in der Ecke saßen die so schön. Oh, Mist. Alter, wie viele. Splitter-Kranate. Du gibst einfach um. Ja. Wo ist die alle von da grad kommen? Gefällt mir wahnsinnig gut. Ah, jetzt kommen wir von der anderen Seite schon. Holy fuck. Wir machen langsam Punkte. Toll. Komm schon, sitzen. Granate. Ist keine Sau grad. Ja, dann einfach mal schießen. Irgendwas wird man schon treffen. Nein, genau das meine ich. Wenn man so rumläuft und schießt, jetzt im Overkill trifft man nix. So dämlich, dass mein Partner der eigentlich hier komplett KI ist das aktivieren kann.